ja hallo willkommen zu einer runde mit dem huck bross heute mit rocke liegt wieder ab und diesmal gewinnen wir absolut ja ich sag jetzt noch mal gern absolut aber ja ich muss auch das auto wechseln ich hab das rock wieder genommen ich brauche was kleines schnelles also das mit dem ripper ich frage mich immer noch wie das passiert ist damals dass ich da so viele siege einfahren konnte war ich ja besser oder das auto besser egal ich hoffe du suchst was schönes für uns geht ja schon scheiß los so oh ja jetzt aber ich fühle mich groggy jetzt wird es hässlich so achtung wir alle hatte dampf am speichel oh nein die dampfmutter zum glück war king auf irgendwas da wer ging auf einer hoher ging er macht ein tor und taco gut jetzt noch mal angucken das tor haben wir trennen doch habe ich weg gedrückt ich weiß nicht das auch nicht was hatte ich den meisten noch was ich ein auto hatte ich bin mit dem jetzt auch weniger zufrieden aber egal dass ich war immer mit dem allzeit beliebten delorean rum ja das gut oder ja mit dem feil ja so ganz leichten schuss ganz leichter schuss ja 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 das ist ja auch nicht aber sehr schön reingelenkt du arsch geiger das war monster scheiße von mir abwehren sollen ob ich sie dass keiner jetzt darf alle das sind jetzt alle vorbeigeschissen auch nicht zufrieden im auto könnt ihr mir da was empfehlen schreibt sie in die kommentare tatsächlich ja auch ich freue ich euch ich lausche euch weil ich kann nicht ach so was für ein auto meint ja ich muss ja auch mal so gesponsertes ding holen wieder frechwein junior oder hat die mutter spitzmörchen gefunden hat sie dann drauf gehobt oder wie ich habe ihn noch ein bisschen abgezwickt mit dem arsch erwischt mit dem arsch erwischen das kann ich oh popo kata petel oder popo kaka petel oh der popo kaka petel komm ist ja wie billiard für oh fast scheiße gelacht ja ja ich muss auch verschenken ich kann mich auch selbst zensieren oh da mach ich auch gern ist das ein drecks auto schon wieder boah nuller nein mulder und scully mulder und scully sehr schön ich hab dem kaninchen auf die zetzen geguckt er ist egal rappig er von zitzelitz oh 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 scheiße bin schock junior ach komm man holt oh fuck zu langsam man tut mich nicht huldigen ahhhh harry christmas oh das war verzackte oh du hast das gesehen ahhhh ach das war ja der letzte Scheiß auf senden schoenne ich mich denn nicht also das war ja also das war ja eine nummer leck mich doch am arsch eh wir haben sich gedacht Hazard spielt das tun wir mal das auto unterpowern nicht overpowern ahhhh Nein stoßgebiet 400 Das war ja haarscharf wieder an der Scheiße vorbei. Leckt mit dem Arsch, meine Damen und Herren. Nö, aber immer ist einer dran. Das gibt's doch nicht. Das sind Monster, sind das, glaube ich. Ja, wirklich Dreck. Oh, Spieler. Dreckspieler, ja. Guck mal, ich konnte lupfen, aber schießen kann ich immer noch nicht. Skalimula. Oh, Kackfresse. Ab ihn. Sehr schön, dann gehen wir nochmal zurück. Tanz bei Johannes. Tanz der Vampire. Boah, der bleibt aber lange in der Lübd. Vielleicht auch lieber mal zurück, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir vorne den King of the Night alleine brottern lassen. Oh, die Butterstolle. Was? Die Butterstolle. Ich fress ja nur, was vom Hund hier hinten rausfällt. Oh nein, ich bin vorbeigerauscht. Ich bleib mal hin. Oh Gott. Scheiße. Auch wieder dumm gemacht. Aber wir kriegen den Pollermann nicht in die Go-Go-Spindel. Immer ist da... Er hängt mir so ein Arschloch am Hirn. Go-Go-Godjet. Immer ist da einer. Tamere. War das. Oh, Strandkarpfen. Johannes. Karpfen. Nein. Komm, du komm. Du kriegst keine Schenkense. Keine Schenkense kriegst du da. Das Kind kriegst du schenken. Was? Was ist hier los, Hesad? Warum sind wir so schlecken, meine Damen und Herren? Ich weiß es nicht. Das sind auch die... Betten. Ja, es ist auch zu warm. Es liegt natürlich an der Klimatik hier. Ja. Fierk. Ja, das ist ja dumm, ne? Schade. Zum Glück nicht so schlecht verloren wie ehemals. Sehr geil. Ah, der kommt. Oh, nee. Voll vorbeigeschossen. Leck mir am Arsch. Hesad. Nee, das sind alles Strandballspieler hier. Ja, was ist denn das, Hesad? Ja, ich kann ja sonst nichts. Das Auto gefällt mir auch nicht. Nee, wirklich. Es ekelt mich an, das Scheißhaufen-Ding. Hätte ich doch mein altes drin gelassen. Da wäre ich zumindest gleich schlecht geblieben. Jetzt bin ich richtig fürchterlich schlimm. Hesad ist die alte Meckerziege. Meckerziege. Tinten Fisch Junior. Okay, das war's halt. Scheiße. Oh, die Sackratte. Ja, meine Damen und Herren. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Die sind halt besser. Die waren halt besser. Bessere Zeiten kommen, wenn wir gehen, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren. Das war eine Runde. Schön war's. Eine Runde. Eine Runde mit dem Hupfrost. In Rocket League in schlecht. Ja, in schlecht natürlich. Aber es wird besser. Also ihr müsst dranbleiben. Ja, wir müssen das mal wieder ein bisschen üben, ne? Ja, ja, mehr Übung. Bessere Autos, ein paar Cheats reinklatschen. Und dann wird das alles besser. Ja, genau. Ja, wo bin ich denn eigentlich im Eck? So, hier ist besser. Ja, also... Kamera ist auch abgestimmt. Ihr seht das an den Farben. Finde ich jetzt gar nicht schlecht. So kann es mal bleiben. Richtig. Glocke aktivieren. Oh ja, die Glocke. Und abonnieren. Und dranbleiben. Und hier unten gibt es noch ein paar Videos. Und reingucken. Sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, eine Runde mit den Hupfrost oder Hood, Hazard, wie auch immer. What is that? Genau. Tschüss, macht's gut. Tschüss, macht's gut. Tschüss, macht's gut.